OOOOH YEAH! WUH! WUH! Scheid mir deine... Ja, soviel zum Intro Leute! AceLive is back! An Block wie Heckler und Koch! Träum nicht, ich träume nicht! Es ist endlich soweit! Es ist passiert! Es ist eingetroffen! Der Tag! X! Ja! Es ist da! So ein Angebot! Alles muss raus! Leute! Unglaublich! Ein Jahr weg gewesen! Naja, fast ein Jahr weg gewesen! 12, 13 Länder, keine Ahnung! Überall! Zentralamerika, Südostasien, USA, alles gefickt! Wortwörtlich, überall, alles gefickt! Beste Zeit meines Lebens gehabt! Und ich kann es auch nur jedem empfehlen! Und da so... Es... Es hat mein Herz... Mehr als nur berührt! Okay... Stabil! Aber... Aber... Oh! Ich schwärm dich, schwärm dich! Ja! Oh, Zauberler! Zauberler hab ich dich vermisst! Oh Baby! Das ist wahre Liebe! Das ist Liebe aus Stahl! Ja, Sena, ich weiß jetzt auch nicht, ob du mich verlassen hast gerade! Ob ich jetzt mit mir selber quatsche! Ich hoffe mal nicht an dieser Stelle! Leute! Community! Freunde! Wenn ihr noch da seid, hört ihr mich! Ace is here! Ace is back! Hört ihr mich? Oder... Oder... Er ist wieder da! Sagt jedem Bescheid! Oma, Opa! Ja! So, Tatort ist vorbei! So! Nicht mehr wichtig! Irrelevant! YouTube! YouTube! Ja, Ace live! Yo Freunde! Euer King is back! Ich hab mir ein Wort gegeben! Und dieses Mal geh ich nicht mehr weg! Ich bin da! Und ab jetzt holen wir uns die Spitze zurück! Meine Freunde! Da kommt Großes auf euch zu! Wie? Ja! Großes auf euch zu! Wie? Crew life is good life! Gefährlich! Gefährlich! Was ist hier los? Gute Laune oder was? Du und wer ist ich? Nein! Reiner! Bam, bam, zack, zack! Was? Oh jetzt! Konzentrieren! STV! Autofahren! Motorradfahrt! Was? Merch kommt sehr bald! Sehr, sehr bald! Ich bin mehr als dran! Es gibt ein neues Design! Auf den Nacken! Richtig geiles Ding geworden! Es gibt freshe Klammern! Nicht einfach nur... Nicht typischer Merch! Nicht über einen Merch-Store! Ich habe das selber im Katalog ausgesucht! Und suche mir da ein paar freshe Sachen zusammen! Gehe jetzt erstmal nochmal hin! Gehe jetzt erstmal noch daher! Schnack mir... Ja, schnack mir da nochmal einen Obstteller an! Von dem Kollegen da! Teste nochmal die ein oder andere Klamotte! Und ja, Leute! Es... Es ist schön wieder da zu sein! Was... Was soll ich euch denn noch sagen, ne? Leute! Das Abendbrot ist angerichtet! Jetzt wird gegessen! Jetzt wird gegessen! Und da gibt's doch reichlich Dessert dazu! Ja? Das ist hier kein Quark mit Soße! Das ist... Tacheles! Da kommt Großes auf euch zu! Auch wenn mir da jetzt kein guter Vergleich beeinfällt! Wuh! 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 Wer ist denn das? Ist der wieder ausgebüxt? Ist der... Ist der... Ist der das? Leute! Ist er das? Schaut ihn euch an! Ist er das? Das ist er! Das ist er! Das ist er! Das ist er! Ja! Ah! Der Chimpanse! Der Chimpanse ist es! Das ist der neue YouTube-Star! Das verrate ich euch! Hier und jetzt! Ja! Checkt es ab! YouTube-Beschreibung! Chimpanse ausgelaufen aus dem Zoo jetzt! Ja! Ausgebüxt ist er! Der alte Turner! Und der alte Jim... äh... Jim-Fanatiker! Du! Ja! Da gibt's bald den ein oder anderen Dual-Vlog! Ja! Auch mit dem Herrn Leitplanken-Kontrolleur! Mit dem, äh... Gebäudeschutz würde ich schon fast sagen! ... Denkmalschutz ähnlichen Design! Ja! Auf seinem, äh... Fahrbaren Untersatz! Aber schick ist es! Da kann Menis, wie gesagt, sich nochmal die ein oder anderen Design-Vorschläge von abholen! Ja! Blackout! Äh... Mach ich hübsch! Mach ich geil! Wird richtig sexy, Leute! Richtig sexy! Ja! Hier im Blau-Grün-Gelb-Lila! Wisst ihr Bescheid, ne? Nächste Woche ist es soweit! Ja! Da sind wir! Tag 1! Selbe Design! Aber... Mittlerweile Kult... Kult-Status erreicht bei uns in der... In der Crew! Der Name, der Junge, das Bike! Oh nein! Oh nein! Ah! Hallo! Das ist es doch nicht hier! Die Straße! Das ist es doch nicht! Das ist doch... Hallo! Lassen Sie mich doch in Ruhe! Das ist mir sowieso aufgefallen! Berlin hier, Oldenburg, Städte, überall! Ich bin es gewohnt vom Reisen, Leute anzuquatschen, so von der Seite! Bam! Auch Komplimente zu machen! Bam! Geile Augen, schöne Haare, geile Arsche! Spaß an der Stelle! Oder halt auch zum Typen! So meinetwegen! Geile Kette, geiles Zettel, wie auch immer! Einfach so Leute positiv hingehen! Positive Vibes! Wisst ihr Bescheid! Ja! Deutschland sprichst du Leute an! Augenrollen wäre schon mal ganz nice! So... Meist kommt dann nur so... Nee! Und dann... So Katzenartig, Katzentiereartig zur Seite gesprungen! Weggelaufen! Das ist auch so ein richtiger Film in Deutschland! Ich laufe so in meinem Meditations-Yoga-Gang, so richtig geschmeidig, so wie Conor McGregor, so weißt du, wenn er in seinen Cage da rumhandiert, laufe ich durch die Stadt! Rechts, links ziehen sie alle einmal vorbei, so wirklich so, die eine rennen da, die andere doppelt so schnell, weißt du, drehst dich einmal um, weg, verschwunden am Horizont, ist weg, einfach weg! Ich weiß nicht, so vielleicht Ufu kam her, weggestabbt oder so, keine Ahnung wo die hin ist, einfach weg! So, ich dreh mich einmal kurz um, oh voll schön, oh ja, geiler Arsch! Und dann krieg ich mich wieder um, weg ist sie! Alter! Habe ich mich gefragt, brennst du dir? Brennst du dir in Deutschland? Überall? Also Häuser branden überall? Oder... Was ist hier los? Stress und so? Also... Ja... Andere, andere Welt! Ja, andere sind... 6,5 Stunden später! So, abkühlen in der Runde! Und dann... Meine Freunde! Uh! 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 Wie lange war ich hier nicht bei den Messegebäuden? Nice! Gut, dann gehen wir mal die... Wechseln jetzt hier! Uh! Uh! Pearl White! Weiß ich nicht, aber... So! Okay! Leute! Ich danke euch! Mal wieder, dass ihr den... Flagg eingestaltet habt! Und dafür gibt es noch eine extra Runde! Extra Runde! Überschlag! Mit Rückenprotektor! Ja! Okay! Habt ihr euch verdient! Goodbye! Goodbye! Deutschland! Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat! Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag! Bleibt sitzen! Haut rein! Ciao! Und Aktivität Glocke!